youtube herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge raffi defti ja da jetzt geht's richtig ab okay okay ich habe von neuem war gemüßlich gibt es zu ich bin schlecht ich bin gestorben dann hatte ich gar nichts mehr und dann hat er meine mein floß zerlegt und ja ich konnte einfach nicht mehr weg von der position wo ich war und habe ich mir dachte er gibt doch alles kann sind jetzt fange ich von neu an und bevor ich jetzt irgendwo hin segle mal dahinten ist zum beispiel schon eine insel gucken auf jeden fall hin werde ich ordentlich schon sammeln ich werde schon ordentlich richtig viel sammeln damit ich noch richtig viel bauen kann und richtig große kacke das floß einfach richtig groß machen kann jetzt hat er es hat er mir abziehen ja lass ihn knabbern lass ihn knabbern er ist so cool er ist so cool jetzt habe ich nur noch drei scheiße ja bald wird es auf jeden fall Zeit dass ich da ein bisschen was baue aber ich möchte noch ein bisschen bisschen looten ein bisschen Holz haben wir ja schon Kunststoff haben wir auch nicht gerade wenig aber das Fass will ich mal noch holen oh ja geil so gut dann fangen wir jetzt mal an was brauche ich noch da brauche ich einen Seil Seile kriege ich hier hin ich glaube ich brauche sogar nur eines oder nein ich brauche drei seile okay gut dann machen wir das so schwer um mich zu verteidigen da brauche ich steine eine ange und acht seile noch komm her okay das war schlecht ich meine wir treiben eh langsam zur insel das ist jetzt nicht das problem ob ich das krieg wäre natürlich supi okay da brauche ich keinen haken eigentlich warte mal ist alles zu weit weg oder ja okay macht keinen schaß macht keinen schaß ich habe den hier steine habe ich nix ein paar brauche ich zwei seile okay gut dann machen wir uns noch zwei seile dann klatschen wir uns sowas hin und das holen muss ich auch noch was hat doch so kommt bringt sich nichts mehr dran gut wir paddeln wir paddeln darüber jetzt oder nein warte mal wir machen was anderes ich muss ich muss das ein bisschen machen so 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 perfekt also wieder was zum klappern der Typ dann freut er sich wieder da locht das Herz da locht das Herz oh ja da könnte ich ordentlich rausfischen wenn ich gut bin nein bin ich nicht fuck you okay warte wir paddeln uns ja sowieso rüber da vielleicht kann ich dann noch was rausfischen wir paddeln den ganzen Tag und weil ich paddeln so sehr mag komm hol es dir komm hol es dir hol es dir ein bisschen Holz für Mamuschka schönes Ding oh ne er kommt warte kurz ich glaub der hat was vor Greta verpiss dich ich mein die Idee von dem Spiel finde ich echt spitze jetzt ganz ehrlich so einsam und alleine auf so einem kleinen Floß mit dem Betsy wäre es lustig auf jeden Fall ich würde dauernd ins Wasser schubsen weil ich ein Arschloch bin ich sag's mir sehr es ist so oh komm her ein bisschen Kunststoff holen wo sind die Fässer ok ja schau mal dass wir zur Insel kommen ich muss eigentlich schon Fegel machen ah ne da fehlt noch ein bisschen da fehlt mir noch ein bisschen aber bis zur Insel da haltet das Paddeln nicht besser ist wir looten noch ein bisschen was geht also looten sammeln farmen farmen es treibt hier eh alles zu mir komm schon komm 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 den Haken werfen den Haken werfen den Haken muss ich auch einen neuen machen ah 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 Arschloch oh das war echt knapp schmanikon die Haken weg der Haken ist weg ich brauch einen neuen Haken warte wo war denn der der war hier der war hier oh ja gut hier kommt alles zu mir ich brauch gar nichts tun ich brauch gar nichts tun nur noch einsammeln nur noch einsammeln oh ich weiß gar nicht mehr wo die Insel ist irgendwo da hinten oh ja hier kommt's warte vielleicht kann ich doch mit den Haken ein bisschen ein bisschen mitmischen komm her ja geil obwohl das kommt eh ein bisschen Holz nie verkehrt Grundstoff hab ich eigentlich ziemlich gut schon so gut jetzt guck mal nach jetzt krieg ich ein Segel hin wow toll 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 das Segelchen kommt aber in die Mitte wie ist es denn gerade ich seh's ja nicht oh oh nope no egal das kommt hier hin jetzt da wir öffnen das und ja in die Richtung einfach ich muss das reparieren Brudi das ist alles gut alles gut alles gut super können wir erweitern ja ein bisschen geht einmal geht okay wo ist die Insel wir drehen hier hin damit ich uns noch ein paar Dinge holen kann da kommt auch noch ein Fass auf uns zu das war viel zu weit geworfen oh geil wir brauchen ein paar Bretter damit wir uns ein Schloss bauen können nein fuck oh come on ich nehm so ich krieg Durst nicht gut da waren nicht wirklich Bretter drin okay wir kriegen Durst wir müssen gucken ob wir uns da was bauen können und schauen ich würde ja gerne erweitern aber irgendwie ja das brauchen wir auf jeden Fall dann brauchen wir das hier und das geht leider nicht mehr okay ist gut nun gut warte wo platzieren wir das ich würde es auch gerne irgendwo in die Mitte wo er noch nicht gleich wegknabbern kann aber er kann überall wegknabbern kriege ich was hinten an scheiße okay warte kurz ja ja ist gut Brudi jetzt beruhig dich doch er geht voll ab er geht voll ab auf den Dreck hier wir machen uns gleich trinken ich kann nicht rennen schmarnikorni wenn ich jetzt hier warte kann ich das hier jetzt platzieren super ja wir machen das schon äh hol dir das hol dir das nein gut mach keinen Blödsinn Greta ich seh dich was das war doch urschön geworfen erzähl mir nix oh ja geil okay gut passt schon dann ey 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 Greta 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 fuck uh ich krieg's nicht da ist ein Fass no kehrt Wände Bruder jetzt krieg ich auch noch Hunger das ist jetzt aber richtig blöd so ist wieder repariert okay lass gucken das geht nicht das geht gar nicht ich hab keinen Schrott ich hab auch ich brauch unbedingt Sachen oh Moment ich hab ne Kartoffel okay und ich glaub ich hab auch ne Zwiebel also bitte muss für den Moment reichen okay ganz ehrlich jetzt da es geht nicht anders das Fass hole ich nie an ich muss ein bisschen ein bisschen paddeln Fässer sind immer noch die geilsten Dinger hier oh ich krieg dich ich krieg dich Bauplan Antenne oh geil ich krieg ne Antenne hin warum auch immer oh ja ganz wichtig warte mal das brauche ich gell um Sachen zu erforschen also brauche ich mal ein Bett bräuchte ich auch aber ich hab keine Nägel was soll das ne Angel aber ich alles gar nicht hin ein Kalender seht wie viele Tage ich überlebt hab kann er gleich bei Null lange überlebe ich nicht garantiere ich dir lange wird's nicht gut gehen hier ich weiß auch nicht wo ich grad hinsegel aber es schaut schon gut aus oder jetzt da so irgendeine Reflexion des Mondes was ich grad nicht sehe ne ist schon ist schon hübsch ist schon richtig hübsch Antenne okay und wenn ich dann Radio hab kann ich die Antenne nutzen und geil Mucke hören oder wie warte mal ich will nochmal speichern ah okay er will doch nichts tun ich dachte Greta will ein bisschen mucken oh es wird heller schön wenn ich eine Insel sehe dann auf zur Insel irgendwie ist hier nichts hier hinten treibt viel Grut herum ey oh hier ist ein Fass glaube ich warte mal das holen wir uns äh ah da 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 ich krieg schon wieder Hunger nein da ist kein Fass es gibt hier einfach mal gar nichts für mich zu holen ich habe auch nichts mehr zum Essen was soll ich da machen ich werde das schon wieder nicht überleben er kommt schon wieder ganz motiviert auf mich zu ich habe keinen Saal müssen wir uns jetzt machen zweimal gell verpiss dich jetzt ich brauche dringend Nahrung ich brauche ich brauche so viele Sachen ich brauche das ein Sag accepter immer dem ess okay dann da Ich glaube, die Welt macht mich fertig einfach. Oh no, es war noch nicht fertig gekocht. Es war einfach noch nicht fertig gekocht. Ist das Trinken fertig? Dann trink mal kurz. Das gibt wenigstens ein bisschen was. Weil ohne Essen kann man länger überleben, als wir ohne Trinken. Und da hinten ist sicher eine Zwiebel drin. Hoffentlich. Ich verliere langsam an Lebensenergie. Ich brauche schnelle Sachen. Von mir aus esse ich auch schnell einen rohen Fisch. Wenn es geht. Aber ich werde hier definitiv sterben. Ich werde hier fix sterben gehen. Schon wieder. Und dann habe ich wieder nichts. Komm. Paddel. Paddel. Komm. Geil. Okay, pass auf. Wir versuchen was. Nein, Kunststoff, Schrott, Seil. Habe ich alles nicht. Nein. Ich brauche Kunststoff. Ja, ich meine, ich brauche Schrott. Ja, das war's. Okay, warte mal. Vielleicht geht's. Vielleicht geht's. Vielleicht geht's. Seil. Wie viele Seile waren das jetzt? Ich weiß nicht. Oh, acht Seile. Oh nein. Nein. Ich hab fünf. Fuck, ich hab fünf. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Warte auf Rettung. Bewegungsunfähig. Wer soll mich jetzt retten kommen? Greta? Zack. Und jetzt habe ich schon wieder nichts mehr. Jetzt stehe ich hier oben. Und hab einfach mal nichts. Alles weg. Wisst ihr? Alles weg. Das ist letztens auch passiert. Das Spiel ist echt anspruchsvoll. Ich glaube, ich müsste auf einfach spielen. Ich bin zu schlecht. Oder bin ich die Sache wieder ganz falsch angegangen? Das kann auch sein. Vielleicht habe ich mir zu viel Zeit lassen mit allem. Ich hab wieder nichts. Jetzt brauche ich wieder Kunststoff. Brauche ich wieder Bretter. Komm her. Oh, super. Jetzt falle ich in zwei Zahe auch noch. Ja, der hat mich sofort attackiert, der Boy. Das ist unglaublich. Ich bin gleich wieder tot. Ich hab gar keinen Bock mehr. In der nächsten Folge werde ich es so machen, dass ich für mich einmal zock eine Zeit lang mir was schönes Aufbau und dann erst aufnehmen. Komm her. Ja, geil. Ich hab Kunststoff. Und sonst war's das. Ich kann echt, ich kann's echt vergessen wieder. Ich bin jetzt in zwei Zlungen. Ah, oh,天. Was soll ich jetzt tun? Wenn ich das alles... Oh, ist das vielleicht ganz unten? Ich guck jetzt mal. Hauptmenü. Wir beenden das Spiel. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das war ein kurzes Video, aber... Haha, mach du keinen Bock so. Sowas wäre schön. Sowas wäre echt schön. Aber nein. Charaktereinstellungen. Äh, Weltladen. Ich bin in die YouTube-Welt. Weltladen. Ich spiele das auf normal, weißt du? Ich sollte auf einfach spielen anscheinend. Mal schauen, wo er lädt. Mal schauen, wo er lädt. Okay. Okay, cool. Super. YouTube, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ich werde mich da jetzt ein bisschen damit beschäftigen und alleine zocken. Damit ich mal was Schönes einmal aufbaue. Und... Ja, wenn ich schon mal eine richtige Grundbasis da habe, wegen Essen und dem ganzen Shit, mache ich weiter Video. Okay? Macht's das gut. Tschüssi.